So ein Typ, Krauser, er hat den Bernstein. Ada folgt Krauser, nachdem dieser Luis ermordet und den Bernstein an sich genommen hat. Dabei trifft sie erneut auf Leon und die zwei machen sich gemeinsam auf den Weg zur Insel. Beide entschlossen ihre Mission zu beenden. Und bei Ada hängt ja ein nerviger Wesker noch dran. Ziel ist es heute, das komplette sechste Kapitel zu schaffen. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Nö. Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet ein und hundert andere Sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Nö. Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Ja, Leon benutzen ist ja auch einfach. Denk nicht zu viel nachwibscher. Wir sehen uns. Immer das gleiche. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Als ob. Er hat ihn einfach markiert. Jetzt ist er. Das ist einfach nichts. Ich wähle. Und eine andere 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 andere. Ich sollte das nehmen. Und dann kommen wir noch mal. Ich möchte nur steckern. Und dann ist er ein Stück weit. Und dann ist er das für die Wurz- und die andere 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 andere. Die andere 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 andere. Und dann musst du es noch mal. Ja, genau. Dann muss ich mit dem linken. Und dann ist das. Dann mache ich mit dem linken. Okay, Ada, nicht schießen. Sollt ihr mich etwa beeindrucken? Interessant. Okay, bin dabei. Kostet dich aber extra. Kluge Entscheidung. Ich schicke dir die Koordinaten. Und vergiss nicht, ich mag es nicht so. Warten, ich weiß. Hä, was soll die denn? Also alles in die Luft springen oder was? Ich verstehe es irgendwie nicht. Was sollst du denn machen, Ada? Wir sind jetzt auf der Insel. Gerät für Override mit dem Kontrollterminal in der Funkzentrale verbinden. Und warum? Ich verstehe es absolut nicht. Aber egal. Es geht hier auf jeden Fall weiter. Und hier gibt es auch wieder neue Schätze. Alter, das ist ja noch... Oh, so lange. Ich dachte, das ist hier so eine Art Zellform. Das war jetzt nicht sehr leiser, aber effizient. Ah, guten Tag. Bleiben Sie liegen. Ui, was haben wir denn hier leckeres? Beset das. Beset das. Beset das. Beset das. Ist es egal, wo ich lang gehe? Ich glaube schon. Jetzt da die Leiter nehmen oder hier lang. Aber ich gehe mal... Ich denke mal, in der Höhle ist vielleicht was. Oder? Nein. Ah. Ist ein extra Raum hier. Jawohl. Loot, 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 loot. Schön, schön, schön. Oh, Pistolmonie und Gewehrmonie. Ey, so liebe ich. So liebe ich es. So ist es mir am liebsten. Okay, wir wollen ja ein bisschen schneller vorangehen jetzt. Ja, also let's go. Ich meine, es ist schon schwierig, alles jetzt in einem Part aufzuholen. Wir hinken ja sehr weit hinterher, würde ich sagen. Es geht definitiv über eine Stunde. Ich habe ja leider die Videos auch teilweise viel zu kurz gemacht. Hätten ruhig alle ein bisschen länger sein können. Gloria. Gloria ist scheiße. Bam. Bam. Und bam. Du hast überlebt, ja? Rücken gebrochen. Jetzt nicht mehr. Pistolmonie. Ja, ich muss halt wirklich mal meine Blendgranaten loswerden. Ich meine, ich habe viel zu viele. Und das war einfach eine perfekte Situation. Drei Leute. Da musste ich die einfach mal loswerfen. Ähm. Okay, da ist nichts. Uff die Scheiße da. Ja, beklaut. Mach mal, äh. Äh. Komplette, perfekte Kräuter, Mische. Perfekt. Ich höre doch ein Schatz hinein. Schatz hinein, wo bist denn du? Warte mal. Hier gibt's Loot. Okay, da drüben irgendwo. Schießpulver. Ui. Schießpulverli. Wird das eigentlich jetzt auch nicht so speedrun, aber... Es muss leider sein. Geh auch lieber vorsichtig immer voran. Und will nichts verpassen. Aber... Ja, passiert mal. He is da. Bam. Bam. And bam. Hallo, das war voll der Beinschuss. Warum ist denn der nicht so um... Was ist denn mit dem falsch, Alter? Der hält ja alles aus. Bam. Hörst du auf jetzt? Ey, Alter. Okay, ich dachte, die Masken schützen der ihren Köpfe. Geh keinen Schatz liegen lassen, dann weiter. Hast du nicht mal Loot für mich? Was soll denn das? Ey, da, mach zu. Komm runter da. Da ist mein Eingang. Aber so einfach werden die mich nicht durchlassen. Oh nee, jetzt dauert es wieder Ewigkeiten mit dem... Waffen verbessern. Ja, danke. Danke. Probierst du nicht mal eine neue Sache? Das haben wir extra für dich aufgehoben. Ja. Seid ihr wieder mehr? Okay. Kannst du hier die Taschnur, den Mario und den Rohkristall haben? Kriegen wir auch schon mal 37.000? Bitte. Was hast du denn jetzt Neues? Das Ticket reicht immer noch nicht. Was soll denn das? Du lässt mal deinen Preis senken. Hast du keinen neuen Auftrag? Für mich. Bitte. Ey, Mr. Händler. Das geht so aber echt nicht. Wofür kann ich dich begegnen? Hm. Also erstmal. Ähm. Weg. Weg. Müssen wir erstmal Platz schaffen jetzt. Für die... Gute Sniper. Ist kein Platz? Okay. Jetzt ist die erstmal drin. So. Das Problem ist jetzt erstmal... Ein großes Problem. Das Problem ist ein großes Problem. Hm. Problem ist... Ich brauch noch die... Das Bio... Bio... Sensor... Fernrohr. Links der Bumster. Ey. Mach da hin. Ja. Das passt da so ungefähr. Und... Ja. Es reicht nicht. Es riecht einfach nicht. Schade. Schade, schade. So. Verbind mal das bitte. Perfekt. Dann kannst du mir das bitte noch upgraden. Feuerrad auch stoppete. Das wäre ein Träumchen. Äh. Da kriegst du von mir meine... Alten Waffen. Also... Die brauche ich nicht mehr. Der Zielfernrohr... Nee. Brauche ich nicht mehr. Hochleistungs... Würde ich mal... Erstmal drinnen lassen. Die... Die SR. Tut mir leid. Ist... Ist lost. Die... Blacktail... Brauche ich auch nicht. Zähn nochmal... 42.000. Dafür lasse ich einiges bisschen beeindrucken. Ja. Danke. Ähm. Können wir da jetzt noch ein bisschen... Naja. Zusammenpacken. 11.000 ist mir auch gut. Es reicht mir. Heißt... Am besten ein... Quartett. Das haben wir nicht. Okay. Dann machen wir... Machen wir ein Trio. Dit. Du. Ähm. Ne. Doch, doch. Du bist... Äh. Und du. 51.000. Der ist grün. 59.000. Ja. Aber ich brauche die roten fürs Trio. Deswegen nehme ich... Hallo. Den grünen. So. Ohohohohohohoho. Ja. 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 Ja und hier... Äh. Spezial-Upgrade wahrscheinlich. Es ist... Und hier... Bin ich echt der Meinung... Ich brauche mehr am Magazin. Ja ja. Du bist echt krass. Muss ich sagen. Weil ich auch sagen kann... Die Schrottse hätte... Könnte mehr Lager... Platz verbrauchen. Aber sonst... Ja passt schon. Wir haben uns jetzt gut geupgradet. Schnell mal speichern. Und zwar auf der... 25.000. Dann jetzt. So. Ada. Ach scheiße. Hier gab es noch Loot. Natürlich. Gab es denn noch PC-Dies? Na ja. Egal. Gab es denn noch sonst irgendwas? Nein. Doch. Mensch. Wieso habe ich denn so viel vergessen? PC... Ja jetzt gibt es wieder PC-Dies, Alter. Und ich kann wieder was... Ah. Tunen. 14.000. Ist zu teuer. Dann schnell weiter. Und hopp. Du Sandrät. Gloria. Bulle. Bulle. Ey. Du bist so ein... Ey. Ich konnte nichts dagegen tun, Mann. Bulli. Muss ich aber irgendwie besiegen. Mit dem... Was? Bulli? Bulli. 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 Nee. Der hat ja... Im Maschinengewehr. Ja, scheiße. Ähm. Nichts passiert? Ich hasse einfach die Todesans... Also, dass die Tode angezeigt werden. Wie oft man gestorben ist. Das gefällt mir einfach nicht. Und deshalb lade ich so neu. Das macht ja keinen Unterschied. Gut. Ich bin jetzt ein bisschen weiter hinten. Aber egal. So. Das hat auch nicht so gut geklappt, ey. Da. Bulli. 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 Schick mal deine Freunde zurück. Oh, nein. Schweini. Ich sollte nicht alles für Bulli verschwenden. Wo ist denn Bulli eigentlich? Ah, Bulli kommt von rechts. Bulli ist ja mein. Bulli. Hör auf. Geh entdeckung, ey, da. Hä, was ist denn das für ein OP-Viech, alter Schwein da, alter? Nee. Nee. Einfach nee. Schon zu dritten Mal jetzt nur in Laden. Zweite Mal. Nein, egal. Ich mag das. Es gefällt mir nicht. Ich mag es nicht. Hör auf damit. Hier war ja nichts. Ich will. Oder? War hier was? Nee, ist doch nur die komische Schattierung. Ich will nicht so viel kämpfen. Es ist trotzdem zum Spiel. So, wie machen wir das mit Bulli-Bulli? Also, Bulli-Bulli ist heute leicht gereizt. Hm. Wer kennt Bauer Hermann? Das ist geil. Das ist Kult. Bulli! Nee, Bulli-Bulli. Das macht man nicht. Bulli! Schweini? André. Ja, ich bin da. So, ich hätte gerne alle auf einen Punkt. Irgendwie. Am besten. Ja, jetzt. Ohne Bulli! Aua. Wie oft willst du eigentlich noch angreifen, Junge? Ja. Guck mal, alle hier. Ohne Bulli! Stopp jetzt! Ey, das ist... Das darfst du nicht! Jetzt habe ich dumm getroffen. Wenn das Schwein jetzt kommt... Ich hoffe schon, wo ist es denn? Ohne Bulli! Kapiss dich! Ich wollte eigentlich dem Schwein eine fette Schrottladung geben. Wie geil ist denn das Thermal-Visier? Das ist cool. Ich mag das. Stopp! Hau uns ab! Oh, der wollte schummeln. Ich sagte, du kriegst eine Schrottladung ab. Ich hasse das Vieh. Was ist das jetzt? Guck mal, einfach... 22 Schüsse hat diese Pistole. Ich find's geil. Wenn ich dann flüchtige Gegner durchschießen kann. Göttlich. Das ist ja echt göttlich. Ey, jetzt immer nach mal Bulli-Bulli besiegt. Also das ist... Das ist immer der schlimmste Gegner für mich. Ja. Mit dem Kettensägen-Typ zusammen. Generell-Boss-Kämpfe. Ich hab doch... Irgendwo ein Schatz gehört. Sag mal, wo bist denn du? Schön auf Augenreichweite. So wie es mir gefällt. Roter Brille. Wird ich den doch nehmen können. Schön. Naja. Ich will auch nichts liegen lassen. Deswegen renne ich nochmal rum. Um zu gucken. Aber ich hab alles. Leben. Ja, ich hab alles außer Leben. Ja gut. Das kann man ja nicht immer haben. Wie viel könnte ich mir jetzt eigentlich herstellen? Gewehr-Money. Ja, doch. Ein paar. Mit mir in einem neuen Snipper ist das schon interessant. Man hat jetzt schon Maximalschaden. Und die alte ist leider weg. Aber... Vor allem gegen die... Die ja... Mit dem... Wo man das Thermal-Visier braucht... Würde ich sagen... Ist die Snipper die Beste. Weil man schnell viele Sachen treffen muss. Deshalb nehme ich auch die Snipper. Ich bin spät. Die Medizin kann gerade richtig. Kannst du stehen? Horst, Luis? Hat sich geschafft. Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm. Wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Aber Ada rettet ihn doch noch irgendwie. Ich finde es traurig, dass er tot ist. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada hat das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuld ist mir was. Hm. Ähm. Wehe, du stirbst. Warum? Ach so. Naja. Ich glaube aber, Ada ist auf was ganz anderes aus. Sie möchte nämlich... Ähm. Naja. Egal. Ihr hattet nämlich auch was anderes. Ihr hattet nämlich auch Leon's Körper abgesehen. Würde ich sagen. Äh. Ja. Ach, mein Händlerfreundchen. Also am liebsten hätte ich... Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Am liebsten hätte ich wirklich eigentlich... Probier mal auf dich halt. Ja, was wollte ich eigentlich... Die du gebrauchen könntest. Äh. Ach so. Ja, ludwürdig. Hab gehört, Schmuckkäfer sind jetzt wieder in. Angeblich wirken sie am besten, wenn man sie einem sich paarweise ansteckt. Glaubst du, du könntest mir zwei besorgen? Einer sei auf der Sezierstation und Trakt 1 sein. Der andere wurde wohl gestohlen. Ja, du findest sie schon. Äh. Bezieherstation. Ja, du findest sie nicht mehr. Du findest das, was du findest, was du findest. Du findest das, was du findest, was du findest. Ja.